Guten Abend miteinander. Heute haben wir eine Überraschung für Ihre nächste Fondue-Plausch. Probieren Sie doch mal ein Gemüse-Fondue à la Maréchère. Licht bekömmlich und kalorienarm aus dem frischen Angebot von Gobe. Statt den Brotwürfeln servieren Sie die Gemüse-Häppel, die im Salzwasser so gekocht sind, dass sie noch festbleiben und das Aufspiessen auf die Gabel vertragen. Fondue-Rezepte gibt es ja so viele wie Fondue-Köchinnen und Fondue-Köch. Schnell und sicher ist das Gerva-Fondue und das Lioba-Fondue von Gobe, da ist einfach alles drin. Auch die Raclette-Freunde sind bei Gobe bestens bedient mit erstklassiger und zartschmelzender Raclette-Käse in praktischen Scheiben oder en bloc. Beide Raclette-Käse gibt es jetzt bei Gobe zu erstaunlichem Aktionspreis. Sie sehen, ein feines Raclette oder ein feines Fondue, alles kommen Sie über wie Gobe. Und jetzt zeigen wir Ihnen, wie Sie schön farbig träumen können. Die dekorativen Bettwäschgarnituren und Fixbetttücher in den passenden Farben gibt es zu traumhaften Preisen in allen Gobe-Centern und in Ihrem Gobe-Warenhaus. Auch die originellen pflegeliechten Studiotheken sind jetzt wieder erhältlich. Und wenn Sie schon von Ihren Sommerferien träumen, dann buchen Sie Ihre Ferien doch erst, wenn Sie auch die neuen Ferienkatalöge von Popularis gestudiert haben. Popularis bringt Ferienvorschläge zu Preisen, die für diese Leistungen einmalig sind. Und zwar Bad-de-Ferien in den Feriendörfern, Bungalows, Appartements und Hotels rund ums Mittelmeer, Erlebnisrundreisen in Europa, Amerika, Russland und sogar China, Entdeckungsflussfahrten auf dem Rhein, der Donau und dem Nil und der Popularis Spezialkatalog mit den Komfortkreuzfahrten auf allen Weltmeeren. Diese neuen Popularis Ferienkatalöge können Sie jetzt mit einem Gutscheib stellen, und zwar in der Gobe-Zeitung von dieser Woche. Und jetzt geben wir rüber in die Studiaküche zum neuen Menüvorschlag. Grüezi miteinander. Röseliköhl. Das beliebte Beilagsgemäße machen wir heute einmal als Gratin. Zuerst haben wir den Röseliköhl im Salzwasser während 10-15 Minuten gargekocht. Wenn man ihn nicht zudeckt, bleibt er schön grün. Hier haben wir Zwiebeln und Hackfleisch vorbereitet, kurz gedämpft und in eine Gratinform gegeben. Jetzt noch den Röseliköhl drauf und dann ein bisschen Reibkäse drüber. Zum Schluss kommt ein Guss aus Milch, Eier, Salz und Muskenusse drüber. Der Gratin bleibt so lange im Ofen bei 180 Grad, bis der Guss dicklich wird. Nach etwa 20-30 Minuten ist dieser lustige Röseliköhlgratin fertig. Und wegen einem Rezept, das finden Sie in der Gobe-Zeitung. Ich wünsche einen guten. So, damit danke, dass Sie für uns Zeit gehabt haben. Und wünsche Ihnen noch einen gemütlichen Abend. Und achtet Sie jetzt noch auf die Aktionen, die kommen, es lohnt sich. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Gobe zwei Pakete an 500 Gramm Napoli-Spaghetti, statt 2,70 nur 1,90. Gobe-Joghurt, jeder Becher an 180 Gramm, ist jetzt sehr abgünstiger. Kuchenteig, 250 Gramm statt 1 Franken nur 80 Grappen und 500 Gramm statt 1,80 nur 1,40. Blätterteig, 250 Gramm statt 1,10 nur 90 Grappen und 500 Gramm statt 2 Franken nur 1,60. Vier Weckli an 60 Gramm statt 1,60 nur 1,20. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag, Mororange, zwei Kilonez, 2,10 Franken. Und das ist der aktuelle Preisschlager. Ein Kinderpyjama aus Frotte-Stretch für 13 bis 19 Franken, je nach Grösse. Auf Wiedersehen.